Wir machen weiter Frage und Antworten. Hier lautet die Frage, was sind Sachleistungsbetriebe? Fragezeichen. Und die Frage ist im Grunde einfach, wenn man weiß, was Sachleistungen sind. Und das wiederum kann man sich klar beantworten, wenn man weiß, was Sachen sind. Also Sachleistungsbetriebe sind Betriebe, die Sachen herstellen. Ja, ganz einfach. Und was sind Sachen? Hier kann man natürlich unterscheiden in Produktionsgüter und Konsumgüter. Ja, also zum Beispiel Maschinen, die hergestellt werden, wären Produktionsgüter und Konsumgüter, wären Nahrungs- und Genussmittel zum Beispiel. Ja, also Sachleistungsbetriebe sind Betriebe, die Sachen, Sachgüter herstellen. Punkt. Und dann kann man noch sagen, was für Sachen? Ja, Produktionsgüter oder Konsumgüter, das ist es schon. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter dem Video. Alles Gute, Marius Ebert.